Entweder sind wir diesem Let's Play schon sehr nah am Ende, oder es geht gerade erst richtig los. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir die Domination freispielen werden oder nicht. Und ja, das ist Level Nummer... 21, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwie kommt es mir scheiße bekannt vor. Ob das ein Grund hat? Liegt das daran, dass sich die Level vielleicht dann doch irgendwann mal wiederholen? Oder habe ich irgendwas... habe ich irgendwas übersehen? Oder habe ich das gleiche Level jetzt, was ich schon hatte? Hä? Wie komme ich denn da jetzt durch? Das ist doch verkehrt rum. WTF? Normalerweise sollte ich da nicht durch können. Das Level hatten wir doch schon mal. Dieser Mittelgang und so. Aber hier steht irgendwie Best Null. Also so im Sinne von, das hatten wir noch nicht. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Vielleicht ändert sich das Level doch einfach nur sehr stark. Haha, jetzt habe ich ihn getötet. Einem anderen. Ich finde es trotzdem gerade ziemlich strange. Okay, dann lassen wir ihm den mal. Und wir gehen hier den Außenweg. Und können hier gleich weitergehen, um das Ganze zu schaffen. Das ist doch sehr erfreulich. Oh, und da hagelt es. Rabbids. I love it. Ich bin trotzdem verwirrt, wie wir gerade durch das Verkehr drum mit Teil durchkamen. Da muss ich jetzt noch ein bisschen warten. Dann können wir hier hochgehen. Komm, 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 gib Gas, eigener Schwanz. Und scheiße. Das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern, bis man da rankommt. Aber wir machen das geschickt. So. Und dann gehen wir hier durch das rote Ding durch. Oder auch nicht. Und haben uns damit mal wieder alles zugebaut. Dammit. Scheiße, ich schaffe das nicht. Bevor er es kriegt, muss ich das nehmen. Nein, scheiße, er hat es gekriegt. Wow, jetzt ist er auch noch super schnell. Und yo. Jetzt hat er sich und mich geohnt. Nice. Komm, ach, das gibt es doch nicht. Okay. So, jetzt hier durch. Ah, das war eh schon der letzte. Ah. Ja, okay. You win läuft. Ich bin mal gespannt, ob das Level jetzt auch so... Okay, das hatten wir definitiv noch nicht. Was ist denn das für ein Bullshit am Anfang hier? Hallo? Was soll denn das? Okay. Boah, das ist hardcore, das Level. Da würde ich mich am liebsten ja die ganze Zeit hier im Kreis drehen. Und dann warten, bis hier irgendwo mal ein Rabbit auftaucht. Ich glaube, das kann ich nicht lang genug machen. Fuck. Das gibt's doch nicht. Aber ich könnte mich außen aufhalten. Das wäre natürlich der Bringer. Jetzt hier rein. Ah, fuck, das schaffe ich wieder. Da, jetzt konnte ich... Da, ich kann da nicht rein, wenn das Ding verkehrt rum ist. Und trotzdem konnte ich das vorne... Hab ich das vorhin aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund geschafft. Das ist echt total strange. So, und jetzt schön hier außen lang und als erster da rein. Und wieder raus. Fuck, sonst passiert genau das. Ah, na super. Okay, dafür können wir jetzt hier durch. Und hier wieder rein. Oh, fuck. Ups, da sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt reingehen, sonst gehen wir drauf. Okay, jetzt hab ich mal ein bisschen Bullshit gemacht. Und... Ach, das war nicht unbedingt sehr viel besser. Und da kommt er jetzt durch. Scheiße. Okay, dann gehen wir jetzt mal drauf und hoffen, dass der nächste hier irgendwo in der Nähe ist. Oder? Die kriegen den gar nicht. Dann hab ich ja doch noch die Chance, mir den zu ergaunern. Ach, Gott sei Dank, gerade noch so geschafft. So, der ist doof da oben. Ah, ich mag die künstliche Intelligenz, wenn sie doof ist. Wenn sie aber mit mir spielt und scheiße ist, kriegen Kollaps. So, der kommt da gerade noch durch. Gerade noch, ey. Fuck, jetzt komm ich da nicht. Egal, Selfkill ist gut gewesen. Mal sehen, ob ich da jetzt reinkomme. Yes, I do. Und gehe zwar auch fast dann drauf, aber was soll's. Kommen wir da aus irgendeinem Grund noch rüber? Nein, tut mir nicht. Aber wieder ein guter Selfkill. Nicht geplant, aber trotzdem gut. Äh, lass mir den mal. Und den da unten krieg ich dann auch. Aber diesmal bitte gleich wieder raus. Gut. So, hier machen wir auch. Ah, hier haben wir erst mal einen schönen gekillt. Den grünen. 15 Stück hab ich schon. Oh shit. Der war gut. Und jetzt nehmen wir mal wieder den Eisweg. Aber ja, ihr wisst, ich liebe den Eisweg. So, den innen, den krieg ich nicht. Aber dafür den außen und dafür den außen. Ähm, dafür hab ich mich jetzt ein bisschen eingebaut. Aber egal. Vielleicht schaffen wir's. Nein, schaffen wir nicht. Okay. Oh, die haben erst so niedrige Punktzahlen. Dann hab ich ja nicht so viel. Oh, das war hart. Damit hab ich nicht gerechnet. Und das schreit nach meinem letzten Rabbit. Boom. Juvien. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Level. Ach du Kacke. Was ist denn das für ein kranker Scheiß? Yellow. Lieder. Ja, da werde ich mich wohl auch sehr viel auf dem Eis wieder aufhalten. Ach, da kommt man ja nur von außen rein. Das ist ja mal ultra kacke. Es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich mich da nur hier drin aufhalten würde. Ja, genau wegen sowas. Und dann krieg ich den hier auch noch. Äh, ja. Und den hier auch noch. Ja. Den da drüben krieg ich dann wohl nicht. Aber dafür dann gleich den. Ja. Ja. So, den überlasse ich euch mal. Dann nehm ich hier schön außenrum den Weg. Ja, perfekt. Perfekt. Ach, großartig. Und den krieg ich auch noch. Ja. Und dann machen wir das. Und dann bin ich erstmal sehr, sehr, sehr lange am Arsch. Ah, da kann ich ja glatt mal die Arme von mir strecken, auch wenn ich's gerade nicht getan habe. Scheiße, der Blaue ist schneller als ich. So. Und jetzt gehen wir hier wieder rein. Perfekt getimed. Und den da unten mag ich auch gleich haben. Yep. Stopp, 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 stopp. Mist, den kriegt der auch so noch. Aber dafür krieg ich den. Und den da außen gönne ich mir auch, oder? Ja. Alleine, weil ich einfach schneller war. Ups. War jetzt nicht so suboptimal. Äh, war nicht so optimal. Das war suboptimal natürlich. Ja, mal so Fortdreher kann man schon mal haben. Äh, lass mich doch da rein. Njam, njam. Njam. Ganz klare Ansage. Njam, njam. Ach, scheiße. Dass es für einen selbst ist, dieses Stopp, echt übelstbeschissen. Da kannst du eigentlich gar nichts machen mit der Zeit. Äh, da oben ist eins. Das heißt, ich muss hier raus. Oh, das kann eng werden. Nein, das krieg ich nicht. Scheiße. Den krieg ich auch nicht. Super Speedy. Fuck. Fuck. Obwohl, doch gar nicht so fuck. Ja, scheiße. Wir kommen da beide nicht vorwärts. Aber den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Scheiße. Äh, 17. Die haben ja nix so, ne? Dann lass ich mich mal jetzt hier kurz killen. Damit ich das Stopp-Sign hier kriege. Und dann erstmal in Ruhe. Den Rabbit hole. Dann in Ruhe den Rabbit. Ihn den grünen töte. Oh, damit ich mit dem Weg außen rumgehe, der jetzt, naja, nicht so gut ist. Aber uns eventuell den Sieg bringen könnte. Nein, scheiße. Oha, das killt mich jetzt sogar nochmal. Ja, sag einmal. Gib mir jetzt den letzten Reveld, ey. Gib ihn mir. Jawoll. Nein, nein. Fuck. Nein, das gibt's doch nicht. Ich werde das jetzt nicht auch noch verlieren, oder? Der Grüne ist echt gut dabei. Nein, das ist der Sieg. Puh. Mann, das war ja jetzt wieder richtig knapp nochmal. Go to menu. Menu? Menu? Ja, 24 von 27 spielen wir in der nächsten Folge Domination frei oder nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall erwarten uns noch diese drei ultimativen Level. Und dann werden wir sehen, ob's dann vorbei ist oder ob's weitergeht. wichtig ist Tribune. Andere ist, äh, 2. Euro Wase.